Jetzt die Frage, wie viele Leute auf Twitch Sokobahn kennen. Ah, das ist schon... Also da gibt es halt 5000 Klone inzwischen auch von... Achso, wir sind schon im Game quasi. Okay, interessant. Wir müssen auf jeden Fall da oben einen draus machen, weil das, den können wir nicht bewegen. Die Frage ist... Okay, wir müssen... Also wir müssen auf jeden Fall... Was? Achso, wenn drei in einer Reihe sind, reicht das auch? Also wenn drei nebeneinander sind? Ich dachte, die müssen übereinander liegen. Also auf dem gleichen Feld quasi. Weird. Das Problem ist einfach, ich komme da ja nicht raus, ne? Also wenn ich den jetzt... Also wenn ich quasi den, der zwischen den Baumstämmen liegt, nach rechts schiebe, kommen wir da halt nie wieder weg. Was passiert denn? Okay, und wir... Warte mal. Wir machen das gerade mal. Okay, es reicht also, wenn die nebeneinander liegen. Das ist spannend. Dann machen wir das so. Ja, ich muss irgendwo noch einen Dreier-Schnee-Mann draus machen. Ich glaube, ich habe es verkackt. Ja, das funktioniert so nicht. Also ich käme noch an sämtliche Sachen ran, aber ich kriege den... Ah, weiter zurück kann ich nicht. Okay, lass mir mal neu starten. Wir müssen auf jeden Fall so starten. Also den reinschieben anders. Aber wobei, ja, müssen wir nicht. Wir könnten auch den runterschieben, theoretisch. Und dann... Reicht auch eine Verbindung ums Eck? Aber ich denke mal, das ist schon... Also, wir kriegen... Dadurch, dass sich zwei automatisch verbinden... Nee, das muss so, glaube ich. Also, wir müssen irgendeinen hier hinkriegen. Und da können wir... Ich überlege gerade, ob wir den theoretisch auch hier rausschieben können irgendwie. Aber wir kommen nicht auf dieses Feld... Ohne das Ding mit aufzulösen. Weil da müssten wir irgendwie hier rumlaufen... Und halt einen der Schneebälle nach hier schieben und dann löst sich der mit auf. Also es muss am Ende auf jeden Fall der hier... Nach oben. Oder sehe ich das falsch? Wir müssen aber irgend... Also wir müssen theoretisch... Entweder nur Zweierkombinationen machen... Oder wir brauchen zwei Dreier. Weil sonst geht es am Ende nicht auf. Lass mal einfach probieren, was passiert, wenn wir das so machen. Einfach nur mal durchprobieren. Es wird nicht funktionieren am Ende. Es wird, glaube ich, nicht aufgehen. Naja, und dann haben wir nämlich gelitten. Es ist jetzt völlig egal, welchen wir nehmen. Und jetzt kommen wir halt nicht weiter. Jetzt ist halt Pech. Doch, doch, passt schon. Ich sehe halt nicht, wie wir den in der Mitte da rausbekommen sollen. Unterwegs ist ein Fehler drin gehabt. Naja, ich habe eine Idee, wo. Aber es ändert ja einfach nichts dran, dass wir den hier niemals da rauskriegen. Also es gibt einfach keine Möglichkeit, den hier da rauszubekommen. Oder? Moment. Lass mir mal kurz was gucken. Ja, doch. Ja, oder? Ja, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssten eigentlich den hier, also wir müssten den hier eigentlich hier hinschieben, also den einen hochschieben und dann mit dem verbinden, damit wir da hinkommen Der Knackpunkt ist mit welchem, ja das Problem ist einfach Ich komme halt überall da, ich glaube wir müssen nochmal zurück Aber ich kann halt Das Problem ist, ich komme da überall nicht so rein, wie ich möchte Also wir haben jetzt zwei Optionen, wir könnten entweder den reinschieben Dann haben wir aber wieder hier das Problem, dass wir hier nicht weiterkommen Also der reinschieben ist prinzipiell keine Option Das heißt, wir müssen Eigentlich den hier hochschieben Aber jetzt komme ich doch niemals da rein, ohne das, was ich vorhabe zu zerstören, oder? Eigene Ideen sind erlaubt, nur bitte nicht direkt spoilern Das wäre halt okay, aber Tipps sind okay Magst du wissen, gegen welchen anderen Schneeball Du meinst den oben am Eingang auflösen musst Äh, du meinst Den hier? Was ist für dich oben der Eingang? Den genau Ich gehe, also Da gibt es eigentlich nur zwei Optionen Nämlich entweder den hier Ah, wobei Ja, da gibt es eigentlich nur zwei Optionen Entweder den oder den Das Problem ist, wie komme ich da rein, ohne mir jetzt alles zu zerschießen Weil wenn wir den jetzt einen runterschieben Haben wir halt nichts gewonnen Ich würde auch eher sagen Den hier müssen wir tatsächlich mit dem zusammenbringen am Ende Also die beiden gehören zusammen Wäre jetzt so meine Vermutung Weil den können wir Am Ende theoretisch einfach Hier raus murmeln Und dann da hinschieben Aber Ich komme schon gar nicht hier hin Auf das Feld Weil dazu Müssten wir den hier erstmal aufgelöst haben Also dazu müssten wir den hier nach links schieben Okay, warte Ich habe, glaube ich, eine Idee Dass dadurch, dass ich jetzt Ah Warum klingelt es an der Tür? Ich erwarte niemanden Auch kein Paket Aber so funktioniert es auf jeden Fall Ich mache jetzt auch einfach nicht auf Ich erwarte kein Paket Keine Freunde Wahrscheinlich einfach nur die Post Die bei irgendwen was abgeben will Now we have it Okay Okay, das war in der Tat knifflig Das war total okay Gut, aber Wir haben eigentlich einen Fall zu lösen Ich finde es schön, dass man sowohl für die leichten Als auch für die schweren Einfach 15 Punkte kriegt Also 15 Museumspunkte Und es einfach keinen Unterschied macht Gott, das Museum war im Hauptmenü, ne? Wie viele Punkte brauchten wir da für irgendwas? 80 Okay, dann müssten wir jetzt noch zwei Rätsel machen Ja, ne Machen wir mal Normales Spielen Warum sind wir denn jetzt in Fall 1? Der ist doch längst abgeschlossen Warum sind wir jetzt hier? Das hatten wir doch alles Hat er jetzt den Fall 2 nicht gespeichert? Ach, den Diabuch hatten wir doch schon Oh, goodness Hätten wir wirklich Bevor wir ins Hauptmenü gehen müssen Automatisch speichern müssen? Ich dachte, das muss ich nur machen Bevor ich das Spiel beende In zwei Stunden haben wir dann auch den Dialog durch Ich denke, das ist ein bisschen 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 Wo waren denn Münzen? Hier? Ne, hier war nur Dialog. Hier war Dialog. Hier war... Jetzt müssen wir das Rätsel auch nochmal machen, ne? Och. Okay. Dann machen wir das Rätsel halt fix nochmal. Danke, ich weiß, wie es funktioniert. Damit, ähm... Da war einer... Och Gott. Hier war einer... Und hier war einer... Hm, das sollte reichen, denke ich. Rätsel sind zum Lösen gemacht. So, irgendwo waren da Münzen. Hier? Hier? Mehr waren es, glaube ich, nicht, oder? Hm. Da ist noch eine. Die hatten wir, glaube ich, vorher noch nicht mal. Von daher gar nicht verkehrt. Okay, dann gehen wir jetzt, glaube ich, mal rein, ja? Ah ja, jetzt kam noch der Dialog. Und ja, wir können in die Detekte zurückgehen. Was wir aber offenbar auch auf gar keinen Fall machen sollten, ohne zu speichern. Stimmt, eigentlich wollte ich mir... Ja, Quatsch, mir nicht voll. Speichern. So, dann... Wollte ich hier eigentlich nur die neue Infos weghaben. Oh, müssen wir uns jetzt das Fallfinale auch nochmal angucken? Okay, wenigstens ist das Dialog, den wir skippen können. Sie ist halt auch voll bitchy, so von wegen... Geben sie es zu, sie haben es gestohlen, also... Aber ich hab's doch nur kaputt gemacht. Gut, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Das Rätsel des Tages hatten wir schon. Eigentlich... Ich speichere jetzt nochmal gerade. Ähm... Hier ist es nicht, wir können jederzeit... ins... Büro zurückgehen. Was wir einfach nicht können. Oder war das hier unten? Was war das hier unten, ne? Ah, da speichert er jetzt. Okay, bewege die Lupe. Da kommt eine automatische Save-Anweisung, aber nicht, wenn man ins Hauptmenü geht. Furchtbar. Bewege die Lupe und suche dir auf der Pinnwand den laufenden Fall aus, den du als nächstes angehen möchtest. Nee, ich möchte Deko. Bitte, das ist doch der Grund, warum wir hier sind. Ja, danke. Ich find mich, glaub ich, schon zurecht. Ich bin... Ich hab Hausflipper gespielt. Das wird schon gehen. Was finden wir denn besonders hässlich? Fangen wir mal mit den Wänden an. Das antike Wandrelief hat ein bisschen was. Okay, finden wir dazu noch mehr Passendes? Ich hätt' gern den antiken Boden oder so dazu. Antikes Bodenrelief. Wir machen uns hier so ne komplette Cthulhu-Cavern draus. Find ich gut. Oder ne Lovecraft-Lair. Oder ein Horror-Haus. Oder... Fallen noch wem Alliterationen ein? Mir grad nicht mehr. Okay, äh, spannend. Ich bin fasziniert. Fühlt noch ein Let's Play für Call of Cthulhu? Ah, seh' ich nicht so. Ja, danke, ich... Danke? Danke? Ich... Ja, ich... Nein, ich... Ach. Danke, ich kann ein Menü bedienen. Uff. Wer ist sie denn eigentlich? Ist voll der Spoiler. Danke, ich weiß, was bisher geschah. Es ist ungefähr drei Sekunden her, dass wir uns mit dem Fall beschäftigt haben. So, dann... Ist das der falsche Button? Dann gehen wir doch endlich mal ins Büro von John Sinclair. Äh, Inspektor Hastings, meine ich natürlich. Hier stimmt etwas nicht. Tatsächlich? Was denn, Miss? Findet ihr nicht, dass es hier im Polizeihauptquartier verdächtig still ist, dafür, dass gerade ein Mord gemeldet wurde? Na, da hast du wohl recht. Ich sehe nicht viele Beamte, die es eilig haben. Jaja, es sind Beamte. Oh, schau, da ist Samuel Sniffler, der Reporter der London Times. Ah, fragen wir ihn doch mal. Wenn irgendwer was weiß, dann wohl ein Reporter. Genau, weil die Polizei auf jeden Fall nichts weiß und... Ich finde auch eher Scott and Yard sieht nach so einer Hotel-Lobby aus, aber okay. Hallöchen, ich wette, dass Sie derselben Spur folgen wie ich. Sie haben wohl vom Vorfall beim Uferfest gehört, nehme ich an. Und dann noch ein Mord. In welch finsterer Welt wir doch leben? Also war es Mord? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Könnte aber durchaus sein. Allerdings... Hm. Ich hatte gedacht, dass Sie... Dass gerade Sie mehr wissen könnten. Tja, glaubt man den Gerüchten, dann war es Mord. Aber bisher gab es noch keine Stellungnahme der Polizei. Wenn ich seltsam, nicht wahr? Ein Mord bei der größten Veranstaltung London sollte doch auf allen Titelseiten stehen. Hm. Sieht ganz so aus, als müssten wir uns die Fakten direkt von der Quelle besorgen. Wenn Sie mit der Quelle Inspektor Hastings meinen, der ist hier vor kurzem vorbeigekommen. Ich habe ihn um Infos gebeten, aber er hat mir die kalte Schulter gezeigt. Ist wohl noch immer in seinem Büro. Ah, danke sehr. Dann gehen wir ihn mal suchen. Nichts zu danken. Als Gegenleistung hätte ich nur gerne gewusst, wenn Sie etwas Neues hören. Egal was. Klar. Du hast uns die wichtige Info gegeben, dass der Inspektor in seinem Büro ist, wo wir eh als Erste nachgeguckt haben. Und dafür geben wir dir natürlich wichtige Infos zum Fall. Vollkommen logisch. Warum auch nicht. Zeitung und Magazine für die Wartenden, was? Wo ist denn ein Herz für Hunde? Ich glaube, als Bürger soll man sich hier eintragen, aber ich habe das nicht gemacht. Ne, weil du auch dich selbst einfach ein bisschen für zu geil hältst. Ist hier irgendwo ein Rätsel versteckt? Das ist das Foyer von Scotland Yard Shirl. Nur falls du das von da unten aus nicht erkennen kannst. Wenigstens zeigt einem das Schild sehr deutlich an, wo man hin muss. Nicht sehr hundefreundlich. Wir sollen mal in das Schild lesen, ohne hochzuspringen und die Pfoten auf den Tresen zu legen. Ist nichts an den Lampen was? Er hat ein Rätsel für uns. Halli, hallo, hallöchen, Miss Layton. Während meiner Ermittlung in meinem letzten Fall bin ich auf dieses Rätsel gestoßen, aber ich komme einfach nicht auf die Lösung. Oh, könnte ich es wohl mal sehen? Aber natürlich können sie das. Das hier ist das rätselhafte Rätsel. Es wäre nett, wenn sie mir helfen würden. Pizza vorlieben. Hey, das ist glaube ich aus den Screenshots aus dem Shop. Frische Pizza wurde gerade geliefert und sie muss auf die Teller verteilt werden. Und zwar pronto. Sie ist schon geschnitten und du musst nur sicherstellen, dass alle drei genau die gleiche Menge bekommen. Aber, es gibt immer ein Aber, jedes Kind mag bestimmte Zutaten nicht. Deshalb kannst du ihnen keine Stücke mit einem Belag geben, den sie nicht essen würden. Also diese Pizza geht schon mal nicht nach da. Ich würde tatsächlich das mal nach hier legen. Beziehungsweise, lass mal gucken, wir haben eine Hälfte, noch eine Hälfte. Also wir haben vier Pizzen, geteilt durch drei. Kriegt halt jeder ein und eine Drittel Pizza. Sehe ich richtig, oder? Wir können auf jeden Fall sagen, das Ding muss safe hier hin, weil die anderen beiden das nicht essen. Das heißt, wenn wir bei einem und einer Drittel Pizza sind, muss dieses Kind zwangsläufig zwei Teile hiervon kriegen, weil wir jetzt halt zwei Drittel dazu packen müssen. So. Und so. Dann kriegst du mal das Teil. Ja, easy. Und das Teil. Und du kriegst noch das Teil. Und du kriegst das. Ne? Und das. Und das. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Rätsel sind zum Lösen gemacht. Guten Appetit. Jetzt schnell essen, bevor sie kalt wird. Ach was, kalte Pizza ist die beste. So, das sollte sie von ihren Qualen erlösen, Polizeikommissar Strife. Oh, das sollte es tatsächlich missleiten. Herzlichen Dank. Jetzt kann ich mich wieder auf meine Arbeit konzentrieren. Einfach famos. Pikarat sind die Währung, die wir für die Lösung der Rätsel kriegen. Und die können wir für... Ich hab schon wieder vergessen, für was einlösen. Ich glaube, für nichts Wichtiges. Für so Dekogramm. Oder? Ich hab's schon wieder vergessen. Nicht für so Dekogramm, oder? Bonusmaterial. Das war's. Damit schalten wir am Ende Bonusmaterial frei, wenn wir das Spiel durchhaben. Hier gibt es sowohl Lokalzeitung, als auch landesweit erscheinende Zeitung. Okay. Gut, dann... Denk ich mal, haben wir hier alles, oder? Und ich glaube, so alle relevanten Ecken einmal abgescrollt. Ähm, nee. Nein. Ich hab immer irgendwie vom Xbox-Controller noch so der Punkt, dass irgendwie... Die Y-Taste oben ist und die X-Taste an der Seite. Und das ist halt natürlich bei Nintendo, genau wie auch A und B vertauscht, sind genau andersrum. Aus Gründen. Weil das ganz wichtig war, um ein Alleinstellungsmerkmal des Controllers zu haben. Also gut, wo ist der Inspektor? Oh, schaut, da drüben ist er ja. Meine Güte, macht er ein finsteres Gesicht. Es muss ja ein furchtbar übler Fall sein. Hm, der schaut eigentlich immer so. Vielleicht findet er ja jeden Fall übel. Fragen wir ihn mal. Und plötzlich steht er da, wie aus dem Nichts. Ich würde gerne erstmal ein bisschen rumgucken. Ein bequemer Stuhl, auf dem sich Gäste setzen können, die den Inspektor besuchen. Steht der Stuhl deswegen acht Meter vom Schreibtisch weg? Meinst du, er versucht irgendwas hinter diesen Papierbergen zu verstecken? Man kann ja kaum erkennen, was zwischen den ganzen Fotos und Memos herumliegt. Hier ist Münze. Hier ist noch ein Rätsel. Oder auch nicht. Schaurig schöner Schnauzer wurde zu meiner Sammlung hinzugefügt. Wofür waren die Dinger nochmal? Also wenn man so zwei Wochen nicht gespielt hat, verliest man das alles. Ach, das waren einfach nur diese Sammelobjekte, ne? Hier ist noch ein Rätsel. Diese Uhr da geht ganz genau, oder? Auf die Sekunde genau. Für unsere Ermittlungen ist es entscheidend, dass wir immer genau wissen, wie spät es ist, Schaur. Ganz recht, Ernest. Polizisten und Detektive müssen immer genau darauf achten, die genaue Uhrzeit zu kennen. Ein alter Uhrmacher braucht Hilfe beim Stellen seiner drei Uhren. Die Uhren zeigen jeweils unterschiedliche Zeiten an. Eine zeigt 4.05 Uhr an, eine andere 2.18 Uhr und die letzte 3.05 Uhr. Eine der Uhren geht 32 Minuten vor, eine andere 28 Minuten nach und eine ist sogar stehen geblieben. Stelle bei allen Uhren die richtige Zeit ein. Oh, okay. Also wir haben hier unten noch drei Uhren. Okay. Okay, also wir müssen quasi erstmal rausfinden, also wir müssen jetzt eigentlich nur rausfinden, wie spät es tatsächlich ist. Und wir müssen jetzt gucken, wenn wir eine Uhr 32 Minuten vor und die andere 28 Minuten, nee Moment, die eine 32 Minuten zurück und die andere 28 Minuten vorstellen, kommen wir dann irgendwo auf die gleiche Uhrzeit. Wenn wir diese hier 32 Minuten zurückstellen, dann sind wir bei 15.35 Uhr würde ich sagen, circa. Man erkennt das halt super ungenau. Oder sind die beiden? Ah, ich glaube eher die beiden sind der Deal. Wenn wir die mal 28, nee Moment, 28 Minuten vorstellen, dann könnten wir machen. Ach, wobei, zeigt die hier, ist es da jetzt 5 Minuten nach oder 6 Minuten nach 4? Es wäre halt irgendwie toller, wenn man die Uhrzeit vernünftig erkennen könnte. Einmal angenommen, wir stellen die 32 Minuten zurück. Und ich würde schon eher sagen, es ist 6 Minuten nach. Das heißt, wir stellen sie dann noch 26 Minuten zurück. Das heißt, es ist dann 34. Ah, wir haben die Uhrzeiten hier oben, ja. Ich bin ja auch so ein Pfosten. Okay. Ja, wir müssen gar nicht so unten hingucken. Ja, die Uhrzeiten stehen in der Aufgabe. Jetzt sehe ich es, ist völlig ignoriert. Ähm, okay. Wenn wir 2 Uhr 18, 28 Minuten vorstellen, sind wir bei 46, bei 2 Uhr 46, ist das korrekt? Ja, aber wenn es 3 Uhr 5 und 4 Uhr 5 sind, der Abstand ist quasi hier genau 60 Minuten. Also 28 und 32 sind halt 60 und hier liegen 60 Minuten zwischen. Also 2 Uhr 18 ist die, die stehen geblieben ist. Das heißt, wir stellen 4 Uhr 5, 32 Minuten zurück und 3 Uhr 5, 28 Minuten vor. Dann sind wir bei 3 Uhr 33. Ist das der Deal? Sieht richtig aus. Das ist auch schon so ein Hinweis. Er sagt, ich bin ein Hund als Detektiv. Er ist halt wirklich Professor Layton. Ich wette darauf. Oh, hervorragend, Chorl. Toll gemacht. Machst du zufällig gerade eine Ausbildung zum Polizeihund? Klar doch. Davon habe ich schon immer geträumt, Nadelstreifen. Natürlich ist Chorl in der Ausbildung zum Detektivhund, nicht zum Polizeihund. Und das wäre übrigens ein sehr vielversprechender Anfang. Ich gebe es auf. Ich gebe es auch auf. Noch nicht komplett, aber ich mache mal ein ganz kurzes Päuschen und bin in 2 Minuten wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020